Die Bundesstraße 109 ist eine deutsche Bundesstraße. Sie beginnt in Berlin an der B96A und endet an der A20-Anschlussstelle Greifswald. Auf einem kleinen Stück vor Prenzlau verläuft die B109 auf der Märkischen Eiszeitstraße. Der Abschnitt von Anklamm nach Greifswald wurde 1833 bis 1836 neu angelegt und umging nun einige Dörfer. Anfang der 2000er Jahre wurden einige Abschnitte der Bundesstraße ersetzt bzw. verlegt. Neben der Ortsumfahrung Pasewag bekamen auch Anklamm und Greifswald 2004-2009 eine Ortsumgehung. 2006 wurde mit der Abstufung der B96 im Zuge des Neubaus der A20 die B109 vom ehemaligen Ende südlich der Stadt Greifswald aus bis westlich von Greifswald verlängert. Dort ging die B109 bis Mitte 2013 in die B105 über. Seit 2005 verläuft die Bundesstraße 109 im Südabschnitt rund 10 bis 15 Kilometer weiter westlich als vorher, so dass die Südnorddurchquerung der Schorfheide zwischen Zappenschleuse und Mittenwalde entfällt und stattdessen nun die Städte Zedenik und Templin an der B109 liegen. Mitte 2013 wurde die B109 im Zuge der Freigabe der Ortsumgehung Luidenhagen von der Ortsumgehung Greifswald bis zur A20 verlängert. Seit Juni 2015 ist die B109 in Brandenburg auf dem Abschnitt Zappenschleuse, Kreuzung B167 bis Wandlitz, Kreuzung B273 und seit April 2016 auf dem weiterführenden Abschnitt bis zur Landesgrenze Berlin-Brandenburg wegen fehlender Fernverkehrsbedeutung. Aufgrund BAB paralleler Führung zur Landesstraße L100 abgestuft. Der in Berlin verlaufende Abschnitt der B109 soll nach einer für 2016 geplanten Instandsetzung zur Ortsdurchfahrt abgestuft werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017